Auch am heutigen Freitag schießt der DAX nach oben. Wir sind weiter tapfer auf dem Bullenpfad unterwegs. Das neue Allzeithoch ist ja quasi abgemachte Sache. Ich weiß gar nicht, ob es Punkt genau schon erreicht ist, aber das ist sicherlich eher eine Frage von Stunden und damit weiterhin die Aufwärtsbewegung, über die wir ja in den letzten Wochen gesprochen haben. Das Thema, die Abwärtsseite, die wir zwischendurch mal hier als Überlegung noch hatten, die ist bisher zumindest mal ausgeblieben. Wir hatten das Übergeordnete als mögliches Tief ja noch hier drinstehen in der Zeichnung. Das scheint aber aktuell nicht mehr wirklich das Thema zu sein. Also eigentlich könnte man das schon löschen. Es gibt noch ein, zwei Szenarien, die doch nochmal den Umweg hier drunter in diesem Bereich hier zulassen. Deshalb lasse ich die Zeichnung nochmal, aber das wahrscheinlichste Szenario sieht mir irgendwie auf dem Weg nach oben aus. Also das, was wir von dem Startpunkt 20. März bis hier oben schon mal eingezeichnet hatten, als eine bullische Idee mit Zielrichtung 18.000 und mehr. Tatsächlich scheint sich das Ganze ein wenig zu bestätigen, dass das Ganze, also ein wenig ist gut, im Moment sehr überzeugend zu bestätigen, also die Aufwärtsseite. Jetzt seht ihr, ich habe hier nicht eine Linie hoch gezeichnet, sondern so ähnlich wie das, was wir hier vorne haben. Naja, vielleicht nicht ganz so ähnlich, aber ihr seht, auch hier vorne hatten wir irgendwie sowas mehrwelliges mit zwischendurch mal Pause. Also irgendwie sowas erwarten wir, nur wissen wir, dass hier vorne die Aufteilung schon ein klein bisschen anders ist. Also intern mag das Ganze hier immer mal wieder eine Pause benötigen, aber die Aufwärtsrichtung vorläufig scheint eigentlich ganz gut zu sein. Dazu sollte man aber eins im Auge behalten, ich habe es gerade erwähnt, Allzeithochs. Also mal gucken, hier war es 290.19, nee, nee, der da vorne war das hier. Das war das Allzeithochs. Ah, wir sind schon drüber, da sehen wir es auch optisch. Also wir sind drüber über die Marke und dementsprechend sind jetzt viele vielleicht noch gewillt, jetzt erst einzusteigen in den Markt, weil sie sagen, klasse, neues Allzeithoch, das ist der richtige Zeitpunkt. Aus meiner Sicht ist es kein guter Zeitpunkt an der Stelle einzusteigen. Ich steige ungern am höchsten Punkt ein, zumindest mal blind links, also entweder man ist schon drin oder man wartet auf einen Rücksetzer. Der ist nämlich nach Ausbrüchen über irgendwelchen Hochs gar nicht so unrealistisch. Das geht natürlich auf der Tiefseite auch. Also ihr seht, hier hatten wir einen Tief gebrochen, dann ging es erstmal gegen Richtung, hier haben wir einen Tief gebrochen, danach Gegenrichtung. Das ging allerdings auch auf der Aufwärtsseite, hier zumindest mal in der Nähe, hier allerdings mal nicht. Also es ist nicht so, dass es immer dann einen größeren Rücksetzer, einen kleineren gab es hier auch, aber dass es immer einen Rücksetzer gibt, einen großen. Aber ein Rücksetzer ist relativ typisch nach dem Ausbruch, also dementsprechend jetzt hier die Longposition, weiß ich nicht, finde ich nicht ganz so attraktiv. So, dann kommen wir auf den 4-Stunden-Chart. Da hatte ich im Feiertagsvideo gestern, für diejenigen, die das verfolgt haben, eine Änderung sozusagen der Idee, nämlich, dass wir jetzt nicht mehr die 22. März-Marke so sehr im Fokus haben müssen. Denn dieses Zwischentief, was wir hier mal angedacht hatten, erinnert euch, ich hatte die ganze Zeit immer gesprochen, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal hier hingeht. Also oberhalb des 22. März, also oberhalb 15.300 bleibt, aber da nochmal runter. Nur waren die Bewegungen halt nie in die Richtung gehend, sondern sie war schub hoch, wackelig runter, schub hoch, wackelig runter. Also die Idee da unten ist ja nett, aber wenn der Markt das nicht ansatzweise anpingt, also ansteuert, dann muss man es auch nicht unbedingt haben. So, nachdem wir jetzt aber auf dem Weg nach oben hier raus sind, werden neue Marken interessant, die ich idealerweise nicht gebrochen sehen möchte mehr. Das ist jetzt kein Zwingnisverbleiben oberhalb der 16.000, aber hier wären dann Überschneidungen des letzten Anstiegs. Ich kann es nochmal andeuten, hier das war der 4. Mai, dann sind wir hoch, hier sind wir wackelig runter. Hier geht es jetzt vielleicht intern, 1, 2, 3, 4, 5, dann kommt vielleicht nochmal eine größere Korrektur. Solange die oberhalb hier der 16.000er Marke bleibt, ist erstmal alles in Ordnung. Wenn er diese Marke durchstößt, ist das nicht zwingend jetzt das megabärische Bild, aber zumindest mal muss man damit rechnen, dass es dann ein bisschen noch tiefer geht. Hier in die Kiste, die ich hier mal angedeutet habe, die ist noch nicht absolut, weil wir diesen Hochpunkt noch nicht wirklich kennen. Das ist im Moment nur eine Annahme, die ich gestern mal in dem Video gemacht hatte. Also wenn der Kurs tatsächlich dann im Nachgang bis dahin geht, dann wäre es denkbar, dass diese gesamte Aufwärtsbewegung, die insgesamt so eine 1, 2, 3, 4 und 5 darstellen könnte, dass die dann wiederum hier hinfällt. Was im Übergeordneten auf Tagesebene überhaupt gar keinen Nachteil darstellt, denn das wäre eigentlich nur dieser Rücksetzer hier, wäre im Prinzip bis dahin gehend. Und das, was ich eben mal so ein bisschen hier eingezeichnet hatte, das, Pause, das, Pause, das, irgendwie so in der Richtung. Also ihr seht, das Bild sieht sehr bullisch aktuell aus, jetzt sehe ich euch nichts Neues. Auch Rücksetzer sehen, würden mich jetzt nicht hier auf die andere Seite wechseln lassen. Zumindest mal beim DAX, solange wir oberhalb der 16.000er bleiben, ist eh alles okay. Wenn er da drunter geht, dann sollten wir uns genau angucken, wie ist er da runtergegangen. Ist er extrem stürmisch runtergefallen? Da müsste man mal gucken, ob das dann jetzt der Ansturm auf diesen Bereich dann hier ist. Der ist so ganz grob, aber wohlgemerkt, das wissen wir noch nicht genau, weil der Hochpunkt ja noch nicht feststeht. Im Moment steigt es ja noch, also ich müsste es jedes Mal wieder andeuten. Aber ich würde mal so sagen, dann wären so ungefähre Niveaus 15.600 in etwa. Das wäre etwas, was man dann im Petto haben sollte. Also wenn er die 16.000 durchstößt, dann sollte man damit rechnen, dass diese Zone 15.600, vielleicht sogar 15.200, irgendwie sowas in der Richtung, dass das dann als nächstes erstmal gespielt wird. Immer noch weit genug von dieser unteren blauen Zone, die ich noch drin habe, aber nicht so super wichtig finde aktuell. Also nochmal zur Erinnerung, der Mittelwert liegt ungefähr bei 14.000. Aber wenn es der Markt nicht ansteuert, dann kann hier eine Zone liegen, wie sie will. Und wir sehen ja, dass der Markt Schübe hoch, wackelig runter und so weiter die ganze Zeit jetzt schon macht. Also es gibt überhaupt gar keine ernsthaften Gedanken, dass er diese Zone im Moment dann eben angreift. Es würde sich ändern, wenn wir steil runtergehen und es würde sich ändern, wenn es unter 16.000 reicht. Alles andere sehe ich im Moment alles als Päuschen in einem Bullenmarkt, um das mal so zusammenzufassen. Der Dow Jones, das ist aus meiner Sicht der fast spannendere, denn da muss ich sagen, war ich eigentlich schon ein ganz guten Mutes, dass wir sie in diese Zone hier nochmal reinlaufen. Ganz ist die noch nicht vom Tisch, machen wir es nochmal groß hier. Also die Zone ist unverändert, die habe ich euch seit Tagen, zeige ich euch die. Das ist die Zone in etwa 33.000, beim Future jetzt, Juni-Kontrakt 33.000 bis 32.600 in etwa. Aus den Fibonaccis heraus so diese typischen Größenverhältnisse, auch so ein bisschen Symmetrie, das Pause, das hier, so halbwegs der Gedanke dahinter. Das bärischste Szenario wäre jetzt eigentlich noch, wenn wir hier so eine ABC-Korrektur haben, die vielleicht dann hier die Schwäche dann nochmal bekommt und dann hier nochmal reinläuft. Das wäre sozusagen das negativste Szenario im Bullenmarkt, was ich mir jetzt im Moment noch vorstellen kann. Wie gesagt, im Bullenmarkt, was ich mir vorstellen kann. Also dann würden wir die 33 da nochmal ansteuern. Aber das ist kein Aufruf für ein Short. Ich gehe doch nicht Short jetzt in der Situation. Das macht aus meiner Sicht nicht so arg viel Sinn. Also jetzt bitte nicht hier massiv auf die Short-Seite gehen. Wer will, kann natürlich überlegen, ob man sich hier irgendwie vorbereitet, dass wenn der Kurs hier nochmal runter geht, also vielleicht dann auf kurzen Zeitebenen hier einen Schub runter wackelig, dass man dann eben das nochmal ansteuert. Das finde ich ganz in Ordnung. Vielleicht findet man dazu Hinweise im 5-Minuten-Chart, war eigentlich ein bisschen höher, wäre vielleicht noch nicht schlecht. Also so um die 33.850. Das wären so diese Hochs. Dann hätten wir hier so diese Seitwärtskorrektur eigentlich fertig und danach nochmal runter. Würde mich nicht wundern. Würde auch immer noch passen. Zum Momentum, was wir im Hinterkopf haben, wo ja noch nicht jetzt wirklich auf die Bullenseite zu wechseln ist, aber das kann sich bald dann ändern. Aber also da nochmal zwei, drei Tage mal tiefer. Ich sehe zwar jetzt überhaupt keinen Grund, warum, aber ob ich da was sehe, spielt keine Rolle. Die Marktteilnehmer sind das Entscheidende. Und die Marktteilnehmer sehen im Moment auch keinen Grund, denn sie sind aktuell immer noch auf der bullischen Seite massiv unterwegs. Und korrektive Rücksetzer wären sogar noch eher Käufe. Also solange der Markt nach Aufwärtsbewegung in die Korrektur geht. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, dass denen mal vielleicht ein paar Minuten noch fallen irgendwie, was die heute Nachmittag. Und danach macht er möglicherweise das. Und Korrektur wäre das ein ganz klares Indiz. Nee, nee, weiterhin die Longseite dann entsprechend zu spielen. Geht er direkt hoch, macht Päuschen runter, wackelig runter, dann wären das alles eben Longszenarien. Könnte es jetzt sogar direkt weiterlaufen? Ja, ausschließend will ich das nicht. Wie gesagt, ich fände es schicker, wenn er noch mal einmal runter geht unter die 33. Aber ich sehe es im Moment nicht, dass er es tut. Wenn er es macht, wäre es aber immer noch kein Nachteil. Also nehmen wir mal an, er würde jetzt hier tatsächlich das, das und das machen. Dann hätten wir quasi die Korrektur dieses fünffälligen Anstiegs. Und anschließend würde es dann nach oben gehen. Und ihr erahnt es, 38.000, kann man sich leicht merken. Die Achtermarken, die sind es aktuell hier zumindest mal beim DAX, 18.000 und hier die 38.000. Und manch einer erinnert sich noch an die 8.000. Ich habe gestern noch mal in meinem Feiertagsvideo, das haben leider nicht alle sehen können wahrscheinlich, aber wer es sich angeguckt hat auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich auch noch mal den Bezug hergestellt zum 8.000er-Video, weil das immer wieder natürlich kommt und das Szenario nach wie vor, auch die 8.000 nicht vom Tisch ist, obwohl ich im Moment die 18.000 als das Wahrscheinlichere aufrufe. Aber solange der Kurs nicht runter geht, muss ich mir über die 8.000 keine Gedanken machen. Es gibt null Indikationen für die Abwehrzeit aktuell. Erst wenn wir diese Marken, die ich immer wieder anbringe, nach unten durchstoßen, dann müssen wir allerdings nicht nur mit ein bisschen, sondern dann sogar mit mehr rechnen. Aber im Moment ist das überhaupt nicht das Thema. Bleibt es vorläufig bei der Aufwärtsrichtung und auch beim Dow Jones würde ich mir erst Sorgen machen für die Aufwärtsrichtung, wenn wir, naja, ich sage mal ungefähr die 32.250 oder sowas durchstoßen oder 87 steht ja jetzt konkret, aber das ist im Moment auch noch nicht ganz genau die Zahl. Wenn er da durchgehen würde, 32.250 in etwa, dann würde mir das nicht mehr gefallen. Aber hey, wir sind bei 33.660 aktuell, da ist der Future-Kurs. Da muss ich mir aktuell über die Short-Szenarien erstmal keine Gedanken machen. Also abwärts ist nochmal denkbar. Ich weiß nicht, ob ich empfehlen soll, hier die Short-Seite zu... Nein, ich bin ja sicher, ich empfehle hier keine Short-Seite mehr, weil das Potenzial relativ begrenzt ist. Es sei denn, ihr seht hier im Intraday-Chart irgendwie sowas, dann ist das natürlich ganz klar ein schöner Zwischenshort für kurze Zeit. Da spricht überhaupt nichts dagegen, aber übergeordnet ist das einfach jetzt nicht die Short-Welt. Ich werde häufig gefragt, Mensch, machst du denn jetzt auch Short-Aktien mitunter dann mal rein? Ja, eher ausgesucht, dass wir welche mal mit beimischen. Im Wesentlichen haben wir sehr, sehr viele Long-Positionen aktuell bei den Aktien. Klar, wenn der Kurs nach oben geht, wird man natürlich oben immer getriggert. Und die ganzen Short-Ideen, die wir haben, werden halt nicht getriggert. Ja, also das heißt, wir haben eine Idee, wenn der Markt fällt, gehen wir Short. Aber fällt nicht, ja, also gehen wir da auch nicht Short. Wie gesagt, dafür haben wir das ja mit den Trigger-Marken, damit wir nicht immer so von vornherein schon uns auf eine Marktrichtung festlegen, sondern sagen, wenn er denn dreht, werden wir auch da mit dabei. Aber im Moment tut er es nicht. Und deshalb haben wir zwar die eine oder andere Short-Idee am Laufen, die allerdings, wie gesagt, erst noch mal getriggert werden müsste, um uns wirklich mitzunehmen. Wir haben natürlich auch ein paar aktuelle Shorts. Ich habe es eben gesehen, nur mal so, dass ihr was hört. Dazu Bank of New York Mellon sind wir eben ausgestoppt worden im Gewinn, weil die Bankaktien gefallen waren, aber eben jetzt nicht noch mehr Gewinn. Wir hätten gerne noch ein bisschen mehr gehabt, aber wollte der Markt nicht, auch die Bankaktien scheinen im Moment zu drehen. Und dann freuen wir uns halt über den Gewinn, den wir dann noch witzigerweise auf der Short-Seite gemacht haben, obwohl der Markt steigt. Na gut, also das mal auf der Seite. Gucken wir noch mal auf den S&P 500. Der klettert im Moment auch. Auch darüber haben wir gesprochen. Ich habe hier nur keinen vernünftigen Einstieg, zumindest nicht nach meiner Methode. Ihr habt vielleicht auch andere Methoden. Der Filter, wir hatten darüber häufig gesprochen, war ganz klar, dass das eine Korrektur ist nach dem starken Anstieg. Also wir eher auf der Long-Seite unterwegs sind. Wie gesagt, für mich mit einem konkreten Einstieg sah das nicht so schön aus. Hier im ganz kurzen, durchaus allerdings schon, Schub nach oben, A, B, C runter. Hier wäre das Zwischenhoch für einen Long-Einstieg gewesen. Wer es also im 5-Minuten-Chart gestern Abend noch gesehen hat, das ist genau das, wovon wir immer wieder reden. Schub in die eine Richtung, wackelig in die andere. Ihr könnt dann immer auch noch mal so ein Fibonacci-Retracement da anzeichnen, dass ihr seht, idealerweise in die blaue Kiste. Kann auch ein bisschen tiefer sein. Solange er die 78er nicht durchstößt, ist die Welt noch in Ordnung. Und die Mindesterwartungshaltung klassischerweise ist, dass das, was vorne ist, hinten nochmal passiert. Kann auch mehr werden, aber das ist so das Mindestmaß, wovon man ausgehen kann. In dem Fall ist es allerdings ein Fortsetzungstraight. Der Kurs kam von unten, deshalb habe ich es eben mal vorsichtshalber ausgeblendet, also für die Augen. Wenn der Kurs jetzt hier schön von oben gekommen wäre, dann wäre das ganz klar die erste Welle und mein Lieblings-Trade. Wenn er von unten kommt, ist es trotzdem die Long-Richtung, aber es ist dann halt eine Fortsetzung. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie weit die Ziele dann reichen. Das Muster ist das Gleiche, aber wir haben nicht so die ganz klare Zielvorstellung, weil das ja nicht notwendigerweise die erste Welle ist. Denn was war das hier? Oder gegebenenfalls noch weiter da vorne. So, also insofern erstmal die Aufwärtsrichtung nach wie vor bleibt bestehen. Kleinere Rücksetzer sind völlig in Ordnung, sind Teil eines Bullenmarktes. Ausschließlich, wenn der Markt jetzt auf einmal mit einer scharfen Abwärtsbewegung und viele sagen, nee, nee, das will ich ja vorher wissen, ob die kommt. Ja, da sind alle Trader sich einig. Die würden wir alle gerne vorher wissen. Das wissen wir nicht. Aber wenn die da ist, die muss ja nicht riesig sein, aber wenn die da ist und danach eine korrektive Gegenbewegung ist, dann haben wir mindestens das nochmal als ein Ziel, weil das ist die erste Welle, das ist die Korrektur. Zumindest mal statistisch gesehen, kann ich dann also an der Stelle entweder einen aktiven Short starten oder aber sagen, dann gehe ich aus der Long-Seite raus, weil dann weiß ich ja nicht hier schon, dass wir wahrscheinlich hier hingehen mit Chancen auf vielleicht sogar noch mehr. Also insofern ist das durchaus nutzbar, sowohl für die Short-Seite dann, wenn man sie aktiv angehen will, als aber auch für die Long-Seite, wenn man sagt, ich will meine Stops entsprechend managen aufgrund dieser Geschichte. Ansonsten, auch der Nasdaq ist auf dem Weg nach oben und auch hier nochmal ein ganz kurzer Überblick, damit die, die das andere Video gestern nicht gesehen haben, nochmal der Hinweis, wir hatten eine Abwärtsbewegung, das ist jetzt hier auf Wochenbasis, ganz langfristig und das ist ein ganz klar korrektives, typisches korrektives Verlaufsmuster. Man kann sich über den vorderen Teil hier wundern, ärgern oder sonst irgendwas, aber ein Trend ist es und der Trend ist ziemlich deutlich und geht langfristig nach oben und diese Korrektur hat zumindest mal ein Zwischenhoch hier und manch einer wird sagen, ah, Zwischenhoch hier gerissen, das ist doch eigentlich ein wunderschönes Zeichen für weiterhin die Long-Seite. Tatsächlich gibt es aktuell keine Anzeichen, dass der Kurs nicht weiter nach oben strebt, also möglicherweise auch hier deutliche Zeichen für weiter nach oben und wir sehen, wir können erkennen, dass wir auch hier die schwachen Seiten immer, da kann man es nicht so gut erkennen tatsächlich, aber auch hier jetzt wieder die schwachen Seiten sind abwärts, die starken Seiten sind aufwärts. Immer wenn ihr sowas seht, also starke Seite so, schwache Seite so, dann wisst ihr, wir suchen immer noch die Long-Seite, also es bleibt bei Longs. Wer mag, zieht also entsprechend seine Stops tapfer hinterher für seine Long-Positionen, es gibt aktuell keine Anzeichen dafür, dass der Kurs in diesem Moment drehen will. Allerdings denkt immer dran, bei Ausbruch dieser Marken kann das passieren. Das heißt, für uns ist das das Zeichen, entweder den Stopp jetzt eng hinterher zu ziehen, damit wir möglichst viel dieses Teilstücks hier anstiegs mitnehmen, an Gewinn, oder aber so weit, wie wohl die nächste Korrektur ist. Und wenn wir mal gucken, wie groß waren Korrekturen, wir können mal hier auf Tagesebene gucken, machen wir heute mal ein bisschen längerfristig, nicht nur so im 5-Minuten-Chart, den wollte ich nicht. Hier gucken wir mal, wie lang war der Rücksetzer? Der Rücksetzer war hier, wäre sogar noch überlappungsfrei mit dem hier. Dann hatten wir hier nochmal einen Hoppo, einen Topp, dann hatten wir hier einen Rücksetzer, das war quasi diese Größenordnung. Der würde allerdings im Moment, wenn er jetzt, wenn das das Hoch bliebe, würde der überschneiden. Also wenn wir eine ähnliche Korrektur hier kriegen, wäre das niedriger als das Hoch. Das heißt, wir hätten dann eine Überschneidung. Das heißt, im Moment würde ich sagen, am liebsten hätte ich das aus Longsicht, dass der Kurs oberhalb dieser Marke bleibt, wer es nicht gut erkennen kann. Das ist das Hoch vom 2. Februar, das war damals noch der März-Kontrakt, aber der März-Kontrakt war damals auf ca. 12.950. Also idealerweise sollte es da keine große Überschneidung mehr geben. Also entweder geht der Kurs vorher noch ein bisschen höher oder die Korrektur sollte kleiner ausfallen, um das bullische Bild zu erhalten. Aber wenn ich mir noch eher was wünschen kann, dann sollte das, was wir hier jetzt hier irgendwie als die nächstgrößte Korrektur haben, der Kurs also eher vielleicht noch mal eine kleinere Korrektur, also noch ein bisschen weiter gehen, bevor dann diese Korrekturgröße kommt. Ob das so passiert, weiß ich nicht, aber der Vorteil ist, ich weiß ziemlich genau, wann er das nicht geschafft hat. Ich kann ja das relativ leicht messen. Und die aktuellen Niveaus könnt ihr so ungefähr sehen, wenn ihr es nicht erkennen könnt. Das ist 4. April beispielsweise, ist 2. Februar. Das sind die Marken dann ungefähr 13.400, ungefähr bei 12.950 in etwa. Das sind so Marken. Wer jetzt nicht ganz eng stoppen will, wird wohl da drunter stoppen müssen und gegebenenfalls alle Gewinne, die er bis dahin hat, noch mal aufs Spiel setzen. Wenn er da drunter geht, dann sollten wir uns ernsthaft noch mal Gedanken machen, wie wir das Ganze neu auffassen. Also insofern wäre das für die, die ein bisschen weitere Stops bevorzugen, eine Idee, den Stopp hier unten drunter zu setzen. Denn solange er oberhalb bleibt, scheint es vorläufig noch die bullische Richtung zu bleiben. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr für euch die richtigen Handelsentscheidungen fällt, dass ihr vielleicht Teile der Bewegung schon mitgenommen habt. Ansonsten, wenn ihr die verpasst habt, es wird nicht die letzte Bewegung sein im Markt. Jetzt ist erst mal Wochenende. Euch alles Gute und liebe Grüße. Vielen Dank.